Sei mal ein bisschen netter zu Amira. Ich bin die ganze Zeit nett zu dir. Muss ich schon ehrlich sagen, er ist immer lieb zu mir. Aber er ist irgendwie komischerweise immer, wenn ihr alle zuguckt, ist er ein bisschen angespannter. Daher ist er ganz komisch. So ist er eigentlich gar nicht. Er ist ganz lieb. Und wenn nicht, dann kriegt er eine Ohrfeige.